Ihr habt euch eine brandneue Grafikkarte gekauft, doch irgendwie ist das Bild nicht wirklich flüssiger als bei eurem vorherigen Modell und das obwohl die angezeigten FPS-Werte doch deutlich gestiegen sind. Die Ursache dafür steht vermutlich direkt vor euch, nämlich euer Monitor, der die vielen mühsam gerenderten FPS der Grafikkarte einfach nicht darstellen kann. Und genau an der Stelle kommt die Bildwiederholrate, auch Bildwiederholfrequenz oder im englischen Refreshrate genannt ins Spiel, um die es in dem heutigen Video gehen soll. Was es damit genau auf sich hat und welche Bildwiederholrate sich für dich und dein Gaming-System am besten eignet, das erfährst du gleich nach dem Intro. Let's go! Du bist auf der Suche nach günstigen Software-Lizenzen für Windows, Microsoft Office und Co.? Dann kann ich dir nur meinen Keyshop-Partner best-software.de ans Herz legen, der zeitgleich auch Sponsor des heutigen Videos ist. Auf Best Software erwartet euch eine vielseitige Auswahl unterschiedlicher Software-Keys und das zum fairen Preis. Von Windows 10 und Windows 11 über Microsoft Office, diverse Virenschutzprogramme, Büro- und Finanzanwendungen und viele mehr, da ist auf jeden Fall für alle User was Passendes dabei. Einfach Produkt aussuchen, bestellen, sofort downloaden und nach nur wenigen Minuten erhaltet ihr den Software-Key per E-Mail zugesendet. Und wer bei den ohnehin schon günstigen Preisen noch mehr sparen möchte, der nutzt einfach bei der Bestellung meinen 10% Rabatt-Code XWARE10. Einen Link zu Best Software habe ich euch ganz oben in die Videobeschreibung gepackt und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem eigentlichen Video. Die Grafikkartenpreise fallen und viele User verwirklichen sich nach langer Zeit endlich ihren Traum einer leistungsstarken Grafikkarte. Doch trotz aller Euphorie solltet ihr natürlich immer noch ein bisschen Geld für einen angemessenen Monitor parat haben. Denn ansonsten kann es zu dem eingangs beschriebenen Szenario kommen, dass eure Grafikkarte zwar 140, 150, 160 FPS und mehr rendert, aber euer Monitor mit 60 Hz Bildwiederholrate diese Menge an Bildern schlicht und ergreifend überhaupt nicht darstellen kann. Und weil ich diesen Fehler in verschiedenen PC-Konfigurationen und Setups immer wieder sehe, möchte ich dem Thema Bildwiederholrate heute mal ein eigenes Video widmen und mit der Frage beginnen, was diese Refresh Rate, die in Hertz angegeben wird, überhaupt aussagt. Im Grunde genommen gibt die Bildwiederholfrequenz an, wie häufig der Monitor pro Sekunde sein Bild aktualisiert, bzw. wie viele einzelne Bilder der Monitor pro Sekunde anzeigen kann. Demnach aktualisiert ein 60 Hz Monitor in der Sekunde 60 mal seine Bildausgabe und kann im Optimalfall, insofern die Grafikkarte ausreichend Bilder gerendert hat, 60 FPS darstellen. Bei einem 144 Hz Modell wiederum wird das ausgegebene Bild deutlich häufiger, nämlich 144 mal pro Sekunde aktualisiert, wodurch dementsprechend auch mehr Bilder pro Sekunde angezeigt werden können. Üblicherweise unterscheidet man auf dem Monitormarkt momentan zwischen 60 Hz, 75 Hz, 120, 144 und 165 Hz Modellen, sowie zwischen den besonders schnellen 240 Hz und 360 Hz und zukünftig auch 480 Hz Displays. In der Praxis werden FPS und Hertz meist als synonym verwendet, allerdings haben diese Werte erstmal nichts miteinander zu tun. FPS bzw. Bilder pro Sekunde beschreibt vereinfacht gesagt die Anzahl an Bildern, die von der Grafikkarte berechnet wurden, ein Wert, der je nach Spielszenario sehr stark schwanken kann. Demgegenüber steht die Refresh Rate bzw. Herzzahl des Monitors, ein fester Wert, der abgesehen von der Verwendung einer Sync-Technologie immer gleich ist und beschreibt, wie häufig der Monitor sein Bild aktualisiert, ganz unabhängig davon, wie viel FPS die Grafikkarte tatsächlich rendert. Auf die angesprochenen Sync-Technologien werde ich im Laufe des Videos auch nochmal zu sprechen kommen, denn die spielen heutzutage eine zentrale Rolle, wenn es um flüssiges Gaming geht. Kurz und knapp zusammengefasst könnte man sagen, je höher die Bildwiederholfrequenz ist, umso häufiger findet ein Bildwechsel statt, desto mehr Bilder pro Sekunde können angezeigt werden und umso flüssiger ist das Spielerlebnis am Ende, insofern euer PC-System ausreichend FPS liefert. Und eine flüssige Bilddarstellung sorgt nicht nur für mehr Spielspaß, sondern kann gerade bei schnellen Shooter-Games, bei denen es teilweise auf wenige Millisekunden ankommt, letzten Endes über Sieg und Niederlage entscheiden. Während euch ein 60-Hertz-Monitor durch seine Refresh-Rate alle 16,67 Millisekunden, also 1.6 Sekunde, ein neues Bild ausgibt, erhaltet ihr mit einem 144-Hertz-Monitor schon alle 6,94 Millisekunden ein neues Bild. Hierfür habe ich euch mal diese Tabelle zusammengestellt, die euch die verschiedenen Bildwiederholfrequenzen von 60 bis 480 Hertz mit den dazugehörigen Zeitabständen, nach denen das nächste Bild angezeigt wird, übersichtlich darstellt. Demnach gibt es mit einer höheren Bildwiederholrate auch mehr Zwischenbilder und der Gegner erscheint bei euch einige Millisekunden früher im Fadenkreuz. Das mag zwar für den klassischen Casual-Gamer nicht wirklich ausschlaggebend sein, aber gerade unter professionelleren Spielern oder im E-Sport-Bereich macht das wirklich einen entscheidenden Unterschied. Doch nicht nur Competitive-Spieler profitieren von einer hohen Refresh-Rate, sondern natürlich auch all diejenigen, die gerne schnelle Shooter und Rennspiele zocken. Denn gerade bei schnellen Bewegungen und Veränderungen im Bild kommt der Vorteil eines 144-Hertz-Panels oder aufsteigend ganz besonders zur Geltung und das gesamte Spielerlebnis wirkt einfach deutlich geschmeidiger und flüssiger. Wer hingegen vor allem Singleplayer-Spiele, Strategiespiele oder einfach Games zockt, bei denen auf dem Monitor nicht ganz so viel Action abgeht, der ist meist schon mit einem soliden 60-Hertz-Monitor bestens aufgehoben, wobei natürlich auch hierbei deutliche Unterschiede zu erkennen sind, die in der Praxis allerdings meist weniger stören. Am besten ist es, sich vor dem Kauf im wahrsten Sinne des Wortes ein eigenes Bild zu verschaffen und einfach mal verschiedene Bildwiederholraten auszuprobieren. Vor allem zwischen 60 und 144 Hertz werdet ihr dabei einen deutlichen Unterschied bemerken und wer dann auch behauptet, dass das menschliche Auge doch sowieso nur 24 FPS wahrnehmen könne, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Leider wäre es aber auch falsch zu sagen, ich kaufe mir einfach einen Monitor mit möglichst hoher Bildwiederholrate und kann dann alle Spiele flüssig zocken. Denn natürlich muss auch eure Hardware und insbesondere eure Grafikkarte die entsprechende Performance mit sich bringen. Denn was bringt euch ein super schnelles 240 Hertz Display, wenn eure Grafikkarte sowieso nur 50 Bilder pro Sekunde ausgeben kann? Ziemlich wenig. Es schadet zwar auch nicht, aber den Aufpreis für eine solch hohe Bildwiederholrate hättet ihr euch zumindest in dem Falle auch sparen können. Was ich euch damit sagen möchte, ist ganz einfach, dass ihr euren Monitor bzw. die Bildwiederholfrequenz immer in Abhängigkeit von eurer Hardware auswählen solltet. Bei verhältnismäßig günstigen Einsteiger Grafikkarten sind 60 bzw. 75 Hertz in der Regel vollkommen ausreichend, wohingegen man bei spitzenmäßigen High-End-Modellen auch locker mal zu einem 240 Hertz Display greifen kann. Hierbei spielt natürlich auch die gewählte Auflösung eine entscheidende Rolle, die man immer gemeinsam mit der Bildwiederholrate betrachten sollte. Denn je höher die Auflösung ist, umso weniger FPS erreicht euer Gaming-System und dementsprechend niedriger ist der Bedarf an eine hohe Bildwiederholrate. Hinzu kommen noch einige weitere Aspekte, die ihr vor dem Monitorkauf unbedingt berücksichtigen solltet, doch das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen und hierzu gibt es bereits diverse Kaufberatungen und Produktempfehlungen auf YouTube zu finden. Zurück zum Thema, im Optimalfall sind Bildwiederholrate und FPS natürlich immer miteinander synchron. Sprich, die Anzahl der gerenderten Bilder durch die Grafikkarte entspricht exakt der Refresh-Rate, in der der Monitor ein neues Bild anzeigt. In der Praxis mag das allerdings äußerst schwer erscheinen, da die Framerate schließlich nicht konstant ist, sondern durchgehend schwankt je nach Spielszenario und genau an der Stelle kommen die soeben bereits angesprochenen Sync-Technologien zum Einsatz. Auf den Monitor-Datenblättern dürftet ihr häufig etwas von FreeSync, G-Sync bzw. G-Sync-Compatible oder AdaptiveSync lesen und genau dabei handelt es sich um solche adaptiven Synchronisationstechnologien. Klingt jetzt alles ungeheuer komplex, aber letzten Endes sorgen diese Sync-Techniken dafür, dass die Bildwiederholfrequenz des Monitors nicht statisch, weil zum Beispiel 144 Hz liegt, sondern sich immer variabel an die ausgegebenen FPS-Werte anpasst. Ein 144 Hz-Monitor mit aktivierter Sync-Technologie zum Beispiel, bei dem die Grafikkarte mal nur 85 FPS ausgibt, schaltet in dem Moment automatisch auf 85 Hz um und im nächsten Moment, wo die Grafikkarte vielleicht schon 110 FPS erreicht, wechselt die Refresh Rate dementsprechend auf 110 Hz und das die ganze Zeit. Somit sind Bildwiederholrate und FPS-Werte immer miteinander synchron, wodurch ein besonders flüssiges und stabiles Spielerlebnis entsteht. Adaptive Sync bildet dabei die Softwaregrundlage sowohl für FreeSync als auch für G-Sync Compatible. FreeSync kann dabei ausschließlich von AMD-Grafikkarten verwendet werden, während G-Sync Compatible das Pendant für NVIDIAs GPU-Modelle darstellt. Teilweise ist das Produktdatenblatt an der Stelle nicht ganz eindeutig, manchmal steht ausschließlich Adaptive Sync dort, teilweise auch nur FreeSync, obwohl auch NVIDIA-Grafikkarten unterstützt werden. Dafür lohnt es sich einfach mal Ausschau nach entsprechenden Einzeltests zu halten und zu kontrollieren, ob überhaupt Sync-Technologien angeboten werden und wenn ja, welche Grafikkartenhersteller bei dem konkreten Monitor-Modell unterstützt werden. In den meisten Fällen sind es beide, also NVIDIA und AMD, aber ich würde doch lieber mal auf Nummer sicher gehen wollen. Doch was ist, wenn euer Monitor keine Sync-Technologie unterstützt und die Bildwiederholrate von den FPS-Werten abweicht, also asynchron ist? Für den Fall kann es, je nachdem wie groß die Abweichung zwischen FPS und Bildwiederholfrequenz ausfällt, zum sogenannten Tearing kommen. Das sind mehr oder weniger gut sichtbare Bildrisse, die ganz einfach dadurch zustande kommen, dass der Monitor abweichend von der eigenen Refresh-Rate Bilder von der Grafikkarte erhält und somit teilweise verschiedene Bilder zeitgleich darstellt, wodurch eben solche Linien bzw. Einschnitte entstehen. Schnelle Abhilfe verschafft euch dabei V-Sync, die vertikale Synchronisation, welche ihr über eure Spieleinstellungen aktivieren könnt. Doch dadurch steigt leider auch der Input-Lag deutlich an, V-Sync ist also mehr oder weniger nur eine Notlösung, wodurch sich Tearing allerdings verhindern lässt. Je höher die Bildwiederholrate ist, umso kürzer treten diese Tearing-Effekte auf und stören dementsprechend auch weniger. Allerdings ist beim Monitoren mit sowieso schon hoher Refresh-Rate fast immer Free-Sync bzw. G-Sync-Compatible mit an Bord, zu dem ich euch dringend raten würde, dieses Feature immer einzuschalten. Nun hoffe ich, dass ich dir beim Thema Bildwiederholrate ein bisschen Licht ins Dunkle bringen konnte. Falls dem so ist, würde ich mich an der Stelle sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hier habe ich dir jetzt noch meine aktuelle Top-5-Listern High-FPS-Monitoren verlinkt, sowie ein spannendes Review zu einem guten Preis-Leistungsmonitor mit 165 Hertz Bildwiederholrate. Und um auch zukünftig immer up-to-date zu bleiben und kein weiteres Video mehr zu verpassen, würde ich mich an der Stelle noch über ein kostenloses Abo freuen. An der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Haut rein, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.